In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte Steyr Arms gemeinsam mit dem legendären United States Marine, Schusswaffenexperten und Schießtrainer Jeff Cooper, die mannliche Scout. 2023 bringt Steyr Arms die neue Steyr Scout 2 auf den Markt und macht eine perfekte Waffe noch ein Stückchen besser. Nach den Kriterien von Jeff Cooper sollte eine Scout Rifle über die folgenden Charakteristika verfügen. Die Waffe sollte unter einen Meter lang sein und sollte ein Gewicht von weniger als drei Kilogramm besitzen. Sie sollte über eine weit vorne montierte Zieloptik verfügen sowie mit einem Notvisier ausgestattet sein, welches es einem ermöglicht, auf bis zu 400 Meter ein Ziel zu treffen. Bei der neuen Scout 2 befindet sich anstelle der Weaver-Schiene nun eine durchgängige Picatinny-Schiene. Eine kleine M-Lock-Schiene für diverse Montagemöglichkeiten befindet sich an der Unterseite des Vorderschafts. Die neue Steyr Scout 2. Die ideale Waffe für Abenteurer. Die lone Jack-Schiene für Interesse gibt in den Pereuen Qu Notre-NFL перв極Profiston. Die zwei lipsticks auf dieaurus psychisch drittere Waffe für immer einen Abenteurer. Die josetom im Kung Heimat 5 am 2.